Moin, mein Name ist Phil und natürlich müssen wir auch heute über die aktuelle Bitcoin-Situation sprechen. Wir haben ein neues All-Time-High erreicht. Woran das liegt, wissen wir wahrscheinlich alle. Und zwar hat Donald Trump nun die Wahl in den USA gewonnen. Doch wie geht es weiter? Welchen Preis kann Bitcoin in der nächsten Zeit erreichen? Und wie verhalten sich eigentlich die Bitcoin-Spotty-TF-Investoren? Und selbstverständlich blicken wir dann eben auch nochmal über die aktuellsten Daten, die uns gerade vorliegen. Gibt es gerade einen Hype? Gibt es keinen Hype? All diese Daten besprechen wir jetzt in Ruhe. Lass also gerne noch schnell einen Daumen nach oben da. Und wenn du in dieser heißen Phase gerade noch die richtige Börse für dich suchst, dann solltest du mal über den ersten Link in der Videobeschreibung vorbeigucken bei Bitwavo Powered by Hype und dir deine 10 Euro Willkommensbonus abholen. Und jetzt starten wir natürlich direkt rein und gucken uns erstmal an, was bei Bitcoin so in den letzten 24 Stunden passiert ist. Es war wirklich ein richtig bullischer Ritt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls. Denn wir haben es ja alle mitbekommen, erst einmal ist das All-Time-High endlich wieder gefallen. Wir haben es zuletzt, doch vor einigen Monaten erlebt, da sind wir bei ungefähr 73.500, 600 US-Dollar rausgekommen. Und heute sind wir durch das Ergebnis und durch die Verkündung, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat, doch deutlich stärker angestiegen und konnten zeitweise sogar auf über 75.000 US-Dollar blicken. Und das ist natürlich genau das, was wir sehen wollten. Eine richtig bullische Situation. Und die wird sehr wahrscheinlich eben auch noch weiter fortbestehen. Denn was wir gerade sehen, ist, dass dann diese Anti-Bitcoin-Haltung sehr wahrscheinlich der Geschichte angehört, wenn es so sein sollte, dass Donald Trump wirklich das, was er angekündigt hat, umsetzt. Aber auch das ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht klar. Und man sollte natürlich sich auch darüber Gedanken machen, wann ist Donald Trump eigentlich in der Lage dazu, wirklich aktiv zu agieren, endlich Entscheidungen und so weiter zu treffen, die im besten Fall deutlich positiver für die gesamte Krypto-Industrie sein werden. Und das wird erst am 20. Januar 2025 passieren. Denn dort ist er dann erst offiziell der nächste Präsident in den USA. Das ist nämlich der Tag, an dem die Amtseinführung stattfindet. Und dann wird er quasi vereidigt und übernimmt dann eben auch offiziell die Amtsgeschäfte. Bis dahin müssen wir uns also erst einmal gedulden und beobachten, wie die Positionierungen dann wirklich aussehen. Doch wir werden erst 2025 mit Gewissheit wissen, ob Donald Trump seinen Kurs durchsetzt, den er gerade in Bezug auf Kryptowährungen angekündigt hat. Ob die USA dann wirklich das Mecca wird, für das er eben auch immer wieder geworben hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt und werde ich natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden halten. Doch das, was wir natürlich eben auch dann mitbekommen, ist die Hoffnung und diese positive Stimmung, dass wir durch den neuen Krypto-Pro-Präsidenten einen sehr, sehr massiven Ausbruch in der nächsten Zeit erhalten und sehen werden. Hier habe ich einmal einen Chart von dem Analysten Titan of Crypto mitgebracht, der gerade einen Cup and Handle-Muster sieht. Und er ist der Meinung, dass wir diesen Aufwärtstrend, den wir gerade erleben, noch deutlich länger erleben werden. Und er sieht eben auch es als realistisch an, hier ein Kursziel von 110.000 US-Dollar zu kommunizieren. Doch ehrlicherweise muss man damit natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Klar, wir sehen natürlich, dass unter anderem der Coinbase Premium Index deutlich gestiegen ist. Die Nachfrage von US-Investoren ist also massivst nach oben geschossen, nachdem wir Ende Oktober noch einen Jahrestief hier erreicht haben, was in rot eingezeichnet ist. Und wir sehen natürlich auch, dass die Spot-Märkte massivst eben nach oben geschossen sind. Das Volumen ist massiv gestiegen. Auch das ist natürlich ganz eindeutig mit dieser Trump-Geschichte eben in Verbindung zu bringen. Doch ob wir in den nächsten Monaten bereits die 110.000 US-Dollar sehen werden, das ist weiterhin offen. Er zeichnet dieses Bild eben auch ein bisschen weiter und kommuniziert das eben auch bis in Q1 2025 rein. Deswegen bedeutet das auch für uns wieder Geduld haben. Ich persönlich bin aber sehr davon überzeugt, dass wir die 100.000 US-Dollar weiterhin fest im Blick haben und dass die eben auch in relativ zeitnah Zukunft erreicht werden können. Und sobald es dazu einen sehr, sehr interessanten Impuls gibt oder Daten, die mehr dazu aussagen, dann werde ich die selbstverständlich auch auf dem Laufenden halten. Und auch an der Stelle noch ein ganz kurzer Hinweis. Und zwar findest du über den zweiten Link in der Videobeschreibung gerade die Seite von Bitminer24. Hier hast du noch bis zum 10.11. die Möglichkeit, direkt mal 5% Rabatt mitzunehmen. Wenn du dir sowieso mal einen Nerdminer zulegen wolltest, dann kannst du das gerne jetzt machen und dann eben auch, wie gesagt, den zweiten Link in der Videobeschreibung auschecken. Naja, und wir sollten uns trotzdem natürlich die Frage stellen, wie verhalten sich eigentlich gerade die Investoren, die normalerweise auf Fonds setzen. Das sind in der Regel eben wirklich große Unternehmen oder große Einzelinvestoren, die sich nicht mit der Thematik beschäftigen wollen, wie sie eigentlich ihre Kryptowährungen zu verwahren und zu verwalten haben. Und dafür gibt es ja diese Produkte. Es gibt Bitcoin-Spot ETFs von BlackRock, von Fidelity, von FunEgg und anderen großen Unternehmen. Und diese bieten natürlich ganz, ganz wunderbare Einstiegsmöglichkeiten. Und das, was wir eben auch sehen, ist, dass vor allem in den letzten drei Tagen vor allem Outflows zu verzeichnen waren. Also wurden hier letztendlich Bestände abgezogen oder verkauft. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass diese Unsicherheit durch eben alle Schichten in den USA sich wirklich bemerkbar gemacht hat. Man war sich nicht ganz sicher, wie wird jetzt die Wahl ausgehen? Wird Harris vielleicht doch eher als konservative Krypto-Persönlichkeit eben gewinnen und dann vielleicht doch eher regulativ eben agieren? Oder wird das Trump, der doch eben, wie wir es schon besprochen haben, extrem positiv in Bezug auf Kryptowährungen wahrgenommen wird? Und ich gehe davon aus, dass wir nach diesem Outflows, die wir gesehen haben, dann wieder in Aufflammen in den nächsten Tagen sehen werden. Wir müssen uns noch einige Stunden gedulden, bis wir die Daten vom 6. November sehen. Das heißt, morgen früh wissen wir dann genaueres, wie dann die Haltung eigentlich aussieht. Doch ich kann es mir schwer vorstellen, dass sich die ganzen institutionellen Investoren nicht im Laufe des Tages dazu entschieden haben, wieder Positionen aufzubauen. Und deswegen werden wir wohl auch aus dieser Ecke weiterhin einen positiven Impuls wahrnehmen. Und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist natürlich die Situation, in der wir uns gerade befinden. Denn diese siebenmonatige Range, aus der sind wir endlich ausgebrochen. Und was aber noch viel wichtiger ist, ist, dass wir gerade in Bezug auf das Google-Suchvolumen immer noch keinen wirklichen Ausbruch in Bezug auf Bitcoin wahrnehmen. Klar, Donald Trump ist hier gerade extrem polarisierend unterwegs und hat, wenn wir uns hier die Trends angucken, einen massiven Anstieg. Interest over time bedeutet in dem Fall bei einem Wert von 100, dass Trump wirklich das Thema der Stunde ist. Wir sehen zwar, und das ist gar nicht so negativ, einen leichten Anstieg hier bei Bitcoin, bei dem Begriff Bitcoin bei Google. Aber es ist leider nicht das Momentum, was wir uns eigentlich erhofft haben. Was wir aber auf jeden Fall wissen, ist, dass wir eine mögliche Gegenbewegung erst einmal nicht sehen. Das Einzige, was wir eben sehen, ist, dass der Anstieg der US-Staatsanleihenrenditen und des Dollarindexes gerade stattfindet. Das heißt also, Donald Trump plant ja sowieso umfangreiche Zölle, die die Inflation anheizen könnten, umzusetzen. Was eben die Pläne der Fed, die Zinspolitik zu lockern, automatisch erschweren wird. Auch morgen werden wir dazu natürlich mehr Informationen haben. Denn wir haben ja schon darüber gesprochen, dass morgen eben auch das FOMC-Meeting stattfinden wird. Und die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen ist bereits auf 4,47% gestiegen. Was eben auch wieder in dem Fall Bitcoin und Co. eben belasten könnte. Deswegen muss man auch hier ein bisschen vorsichtiger sein. Es kann eben zu dem einen oder anderen Dämpfer noch kommen. Und sobald es da entsprechende Anzeichen für gibt, dann werde ich es selbstverständlich eben auch auf dem Laufenden halten. Ich hoffe an der Stelle natürlich eben auch, dass dir dieses kurze und informative Video heute gefallen hat. Es ist ein bisschen kompakter geworden, weil die meisten Informationen ja schon bekannt sind. Aber wie gesagt, ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Lass dann gerne noch schnell einen Daumen nach oben da. Und vergiss nicht, den Kanal noch zu abonnieren, um auch die nächsten spannenden Videos nicht zu verpassen. Ansonsten genießt noch den Abend und dann sehen und hören wir uns morgen wieder. Auch 1 Auch noch mehr 1 1 2 2 2 2 3 2